Heute möchte ich euch zeigen, wie ich meine Ranghilfe mache. Zuerst nehme ich frisch angeschnittene dicke Weidenruten und stecke sie in den Blumentopf. Ich stecke zuerst vier in gegenüberstehende Position und dann immer noch in jedem Zwischenraum noch zwei dazu. So habe ich immer zwölf Routen. Für den nächsten Schritt habe ich mir auch wieder zwölf Routen vorbereitet. Die erste stecke ich in den Zwischenraum und flechte einmal vor eine Rute und einmal hinter eine Rute. Das dicke Ende ziehe ich bald dann nach außen wieder raus. Die zweite Rute kommt unter die erste einmal rechts daneben und wird auch einmal vor und einmal hinter eine Rute geflochten. Die dritte kommt wieder mal in einen weiteren Zwischenraum rechts davon gesteckt und über die ersten zwei einmal vor eine Rute und hinter eine Rute gesteckt. Und in diesem Rhythmus gehe ich einmal rum mit allen zwölf Flechtrouten. Wie man sieht, das dicke Ende kommt immer nach vorne. in den letzten Jahren. Aus meiner Rute Die letzte Rute wird unter die erste gesteckt. Wenn alle Ruten verflochten sind, fange ich an sogenannte Schicht zu flechten. Ich flechte mit jeder einzelnen Rute einmal vor und einmal zurück und gehe dann immer einen Schritt nach links weiter, während ich immer nach rechts flechte. Jetzt beginne ich sogenannte Kimme zu flechten. Dafür nehme ich drei Flechtruten und stecke drei dicke Enden in drei aufeinanderfolgende Zwischenräume. Dann nehme ich die linke Rute und gehe vor zwei und hinter einer. Jetzt nehme ich die zweite, die jetzt auch mal die linke ist und gehe wieder vor zwei und hinter eine und überhole dabei die zwei anderen. Jetzt ist die dritte eingesteckte dran und die geht auch mal vor zwei und hinter einem. Immer klopfe ich zwischendurch mit der Hand, damit ich das Geflecht verdichte und damit die dünnen Spitzen nicht nach oben ragen. Wenn die Ruten zu dünn werden, stecke ich einfach neue Ruten immer auch mit dem dicken Ende nach innen. Immer zwischendurch klopfen und immer weiter. Etwa ab hier fange ich an, nach oben zu klettern. Ich bilde so eine Art Spirale, die immer weiter nach oben geht. Ich bilde so eine Art Spirale, die immer weiter nach oben geht. Weiter oben im Geflecht benutze ich dünnere Ruten, damit ich gut in die Zwischenräume komme. Die Spitze binde ich mit einer Weidenrute fest. Und dann schneide ich alle rausguckende Enden und Spitzen schön glatt ab. Und schon ist meine Ranghilfe fertig. Ich hoffe es hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachbauen.